Heute zeige ich euch zwei Möglichkeiten, wie ihr in Photoshop Elements 2024 in wenigen Sekunden ein Bild freistellen könnt. Viel Spaß mit dem Video. Let's go! Als erstes gehen wir hier auf den erweiterten Modus. Das heißt, wir haben hier ein paar Tools mehr, mit denen wir arbeiten können. Und was ich als erstes mache, wenn ich ein neues Projekt anfange, ich erstelle mir eine komplett neue Leinwand. Dazu gehen wir hier oben auf Datei, gehen hier auf Neu, Leere Datei. Und hier habt ihr zum Teil schon ein paar vorgefertigte Formate. Ich erstelle mir hier mein eigenes. Ich habe hier auch schon eins vorbereitet. Full HD Leinwand habe ich das Ganze genannt. Und hier könnt ihr dann eintragen, wie groß die Leinwand sein soll. Hier anhand von Pixel, Millimeter, Zentimeter, was auch immer. Ich arbeite hier am liebsten mit Pixeln. Dann kann ich das eins zu eins übernehmen. Wenn ihr bei einem speziellen Format nicht wisst, was für eine Auflösung das ist, könnt ihr das Ganze auch googeln. Das findet man eigentlich recht schnell. Dann übernehme ich das Ganze hier auf OK. Jetzt haben wir hier unsere Basisleinwand. Wir können die jetzt hier sagen, wir tun die mit einer Farbe noch füllen. Die ist jetzt hier auch schon freigestellt, die Basisleinwand. Ich möchte jetzt hier eine weiße Leinwand. Dann wechsle ich hier unten die Farbe. Ihr könnt hier auch nochmal draufklicken, wenn ihr eine spezielle haben wollt. Wir haben hier standardmäßig schwarz und weiß. Ich wähle jetzt hier schwarz aus. Gehe hier auf den Farbeimer und färbe meine komplette Leinwand weiß. An der Stelle können wir jetzt dann schon die Bilder hinzufügen, die wir bearbeiten bzw. freistellen wollen. Dazu minimieren wir kurz das Fenster. Wir ziehen hier einfach unsere Fotos per Drag & Drop in das Bild rein. Hier unten gerade in die Zeile reinziehen. Zack und hier haben wir jetzt die Bilder schon drin. Wenn ihr eine andere Ansicht habt, guckt ihr einfach, dass ihr hier unten im Fotobereich seid. Und dann habe ich jetzt hier drei verschiedene Fotos. Ich habe hier einmal ein Foto mit mir und einem Hintergrund. Das hier ist so ziemlich das schwierigste Bild zum Freistellen, weil wir hier im Hintergrund mehrere Farben haben. Wir haben dann hier ein wenig einfacheres Bild. Hier habe ich mich vor einem Greenscreen fotografiert. Das werdet ihr sehen, geht nachher relativ schnell zum Freistellen. Und zu guter Letzt habe ich euch hier noch ein Logo mitgebracht. Das ist so das Einfachste, was man freistellen kann. Das werdet ihr nachher sehen. Wir schauen jetzt, dass wir hier unten im Fotobereich sind. Und wechseln als erstes hier auf das Bild mit dem Greenscreen. Und jetzt wollen wir das Ganze grüne freistellen. Da haben wir auch mehrere Möglichkeiten, was wir als Tool nutzen können. Ich zeige euch einfach das Einfachste. Wir gehen hier links auf den Radierer. Wechseln hier unten auf magischer Radiergummi. Und jetzt haben wir hier zwei Parameter, die wir einstellen können. Einmal Toleranz und einmal Deckkraft. Die Deckkraft stellen wir auf 100%. Die Toleranz, das ist jetzt immer so Gefühlssache. Meiner Erfahrung nach, zwischen 70 und 80 Toleranz ist das Beste, um eine einzelne Farbe rauszunehmen. Wir können jetzt aber hier mal anfangen, um euch das zu demonstrieren. Wenn ihr jetzt hier auf 15 gehen, den Greenscreen rausnehmen wollt. Ihr klickt einfach mit der Maus auf die Farbe, die ihr entfernen wollt. Zack. Jetzt seht ihr, wir haben nur oben den Bereich rausgeschnitten. Das ist hier auch nicht ganz sauber bis ans Headset. Deswegen machen wir das hier in der Mitte nochmal rückgängig. Dann stellen wir hier die Toleranz auf 70, 80, 90 rum. Das kommt immer drauf an auf das Bild. Jetzt klicken wir hier den Hintergrund an. Und zack, perfekt ausgeschnitten. Seht ihr das? Alle Ränder sind sauber. Falls die nicht sein sollten, könnt ihr hier an der Toleranz das nochmal anpassen. Dann entsprechend ausschneiden. Wir machen jetzt hier noch zwischendrin. Zack. Und schneller geht es wohl kaum. Jetzt möchte ich euch das Ganze nochmal an einem Logo zeigen. Da geht es eigentlich ähnlich schnell. Wir gehen hier auch einfach mit dem Radiergummi. Wir haben ja ihn. Passen die Toleranz entsprechend an. Und entfernen dann hier den Hintergrund. Einfach draufklicken. Fertig. Und das war es schon. Wo es jetzt natürlich schwieriger wird, ist jetzt das Bild hier. Hier haben wir viele verschiedene Farben. Ihr seht schon, wenn ich jetzt hier mit dem Radiergummi reingehe. Die habe ich jetzt auch so mal eingestellt. Ich kriege das nicht wirklich hin, weil ich hier im Hintergrund viel zu viele verschiedene Farben habe. Deswegen mache ich das noch rückgängig. Und hier wähle ich jetzt ein anderes Tool aus. Ich gehe jetzt hier hoch. Nehme jetzt das Pinselwerkzeug an der Stelle. Ich gehe jetzt hier auf das Pinselwerkzeug. Hier unten Auswahl verbessern Pinselwerkzeug. Klick das an. Und hier können wir jetzt schon hingehen und haben hier Auswahlmöglichkeiten. Hier Auswahl. Ich möchte einmal mich als Porträt haben. Ihr seht gleich, das wird auch relativ gut schon ausgeschnitten. Also mich, der Himmel oder hier die Landschaft. Wir klicken das an. Motiv auswählen. Bestätigen hier mit OK. Ihr seht jetzt gleich, das dauert kurz. Ich wurde jetzt schon relativ gut ausgeschnitten. Ihr seht jetzt hier im Bereich von dem Kragen, von meinem T-Shirt. Das ist nicht ganz sauber, aber das können wir nachbearbeiten. Wir können jetzt hier auch auf Himmel gehen. Dann tut es uns den Himmel freistellen. Zack, das dauert immer einen Moment. Jetzt haben wir den Himmel. Ihr seht hier auch im Bereich von den Blättern. Richtig gut schon freigestellt. Oder wir sagen, wir wollen hier halt einfach den Hintergrund auswählen. Dann klicken wir hier drauf. Das, was wir rot haben, das wird entfernt. Also in dem Fall werde jetzt ich entfernt. Ihr seht auch hier im Bereich vom Kragen gibt es wenige Probleme. Aber wir wollen jetzt mich ausschneiden. So, wir gehen jetzt hier drauf, wählen das Porträt aus. Jetzt seht ihr hier, hier in dem Bereich ist der Kragen noch nicht sauber freigestellt. Das, was hier rot ist, wird nachher alles entfernt. Wir können hier auch die Farbe ändern. Wir können hier auch die Deckkraft ändern. Ihr seht schon, auch richtig rot. Ich empfehle euch aber, dass ihr das zumindest leicht transparent habt. Dann könnt ihr das besser sehen, was ihr da im Hintergrund macht. Jetzt gehen wir hier drauf. Wir haben hier jetzt mal so ein Pinselwerkzeug. Wir gehen hier drauf. Plus oder Minus. Push-Auswahl. Aktivieren das. Jetzt haben wir hier so einen kleinen Punkt. Wir können den jetzt größer stellen. Ihr seht schon, ich kann jetzt mit dem Werkzeug hier rein und raus fahren. Da seht ihr dann in der Mitte ein Plus oder Minus. Das heißt, ich kann hier Bereiche hinzufügen oder entfernen. Wir gehen jetzt hier auf Größe. Wir können das Pinselwerkzeug anpassen. Wir machen das jetzt hier kleiner. Das war jetzt viel zu groß für den Kragen. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Ein bisschen kleiner noch. Dann können wir die Ausrichtungsstärke einstellen. Das ist wie eben die Toleranz. Wir gehen jetzt hier ein Stück hoch, dass es das auch richtig erkennt. Da könnt ihr auch ein bisschen rumspielen mit der Ausrichtungsstärke. Wir fahren jetzt mit dem Pinselwerkzeug erst auf den Bereich drauf, den wir behalten wollen. Hier meinen Hals zum Beispiel und dann klicken wir den an und fahren von hier aus über den Bereich, den wir dazu machen wollen. Ihr seht schon und dann machen wir das wie mit so einem Pinsel und versuchen den Bereich anzumalen. So. Wir fahren hier drüber. Das mal los und jetzt sieht das schon ganz gut aus. Wenn ihr zufrieden seid damit, da könnt ihr euch natürlich ewig verkünsteln, wenn ihr wollt. Dann habt ihr hier oben die Ebenen. Wir klicken hier drauf, Maske hinzufügen. Zack und alles ist freigestellt. So einfach geht es. Jetzt können wir hier nochmal in den Fotobereich zurückgehen. Wenn wir jetzt alle Bilder freigestellt haben, können wir auf unsere Basisleinwand zurück. Und hier können wir jetzt die anderen freigestellten Bilder einfach raufziehen. Wir packen hier jetzt das Bild an, ziehen es hier vom Fotobereich einfach in die Leinwand rein. Dann können wir hier oben auf das Tool hier gehen, Verschiebewerkzeug. Wir können das von der Größe noch anpassen. Können das rüberschieben, so zum Beispiel. Und hier mit dem Haken einfach bestätigen. Dann ist das eingefügt. Gehen jetzt hier nochmal in den Fotobereich. Ziehen hier einfach das nächste Foto rein. Machen das genauso. Zack hier bestätigen. Das Logo. Und ihr seht schon, hier rechts können wir dann auch die Ebenen verschieben. Das heißt, wir können das Logo vor oder hinter die anderen Bilder schieben. So könnt ihr dann eben Effekte kreieren oder könnt das individuell anpassen. Können das jetzt hier auch noch größer ziehen. Wir können dann auch die gemachte, wir können dann die Arbeit auch noch abspeichern. Dazu gehen wir hier einfach auf Datei. Speichern unter. Können hier zum Beispiel den Desktop Hintergrund auswählen. Und hier das passende Format. Das hier Standard ausgewählt ist das Photoshop Format. Das könnt ihr auch bearbeiten. Ich nehme hier standardmäßig das JPEG Format. Hier drauf klicken. Speichern unter. Und hier könnt ihr auch die Qualität noch auswählen. Ich gehe hier immer auf Maximum. Ihr könnt ja dann auch, wie oft das durchlaufen soll, durch das Rendern auswählen. OK drücken. Und das Bild wird so abgespeichert. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen. Wenn ihr weitere Videos sehen wollt, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschau.